Hallo, ich möchte auch heute wieder alle recht herzlich zu einem neuen kleinen Markt-Update begrüßen. Kleines aber hier relativ, es sind einige Grafiken, die ich vorbereitet habe, ist auf mehrfachen Wunsch. Mache ich heute mal zum Standardmarkt ein kleines Update. Geht vor allem um DAX und S&P, nachdem ich ja in den letzten Wochen vor allem Gold-Updates geliefert habe. Und möchte mit dem Update einfach mal meine eigenen Gedanken so ein bisschen kundtun und vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken bringen und vielleicht sich selbst zu hinterfragen. Und im Anschluss gebe ich meine persönliche Meinung dazu ab, wie ich die Märkte aktuell einschätze. Und ich würde sagen, reden wir nicht lang rum, sondern beginnen wir gleich damit. Ich wünsche wieder allen viel Spaß und hoffentlich gute Erkenntnisse und Einsichten und vielleicht am Ende auch ein bisschen Profit. Und würde sagen, beginnen wir. Zunächst natürlich, wie immer, der Haftungsausschluss. Alles, was ich hier wieder aufzeige und kundtue, ist meine eigene persönliche, private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen anfangen, was er möchte. Aber das ist auf keinen Fall hier eine Anlageberatung oder eine Investmentempfehlung. Beginnen wir einfach mal als erstes ein bisschen mit den fundamentalen Facts, die wir gerade feststellen können an den Märkten. Also was aktuell abgeht, ist an Absurdität meiner Meinung nach nicht mehr zu fassen. Die Märkte machen Allzeithochs. Gestern hat die Nasdaq ein neues Allzeithochs sogar erreicht. Und ich muss dazu sagen, die meisten Grafiken habe ich schon vor zwei Tagen zusammengesucht. Und das Video komme ich leider erst heute dazu, dies zu drehen. Und deswegen eben auch der aktuelle Fact, dass die Nasdaq gestern Allzeithochs erreicht hat. Und das ist einfach absurd vor dem Hintergrund, wenn man eben gerade diese Grafiken anschaut. Aber das ist heute von Zero Hedge rumgegangen. Das kommt von der Fed. Und hier wird einmal aufgezeigt, was mit den Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts, also des BIPs aus Amerika passiert. Das ist kollabiert. Das hat sich halbiert. Und wenn wir ja wissen, Amerika ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Und da halbiert sich mal so einfach schnell das Wirtschaftswachstum. Und es scheint niemanden zu stören. Und die Aktienkurse machen ein neues Allzeithoch. Also kranke Welt kann ich hier nur sagen. Und einfach nicht realistisch und nicht der Realität entsprechen. Was hier gerade an der Börse abgeht. Hier werden ganz andere Sachen gespielt. Fantasien werden hier gespielt. Aber vor allem auch Eingriffe, staatliche Eingriffe. FED oder halt Zentralbank-Eingriffe. Und natürlich die Riesengeldschwärme trägt hier extrem dazu bei. Hier findet gerade eine Rallye statt, die fundamental nicht begründet ist. Sondern hier versuchen Leute nur in den Aktienmarkt zu kaufen, weil sie nicht wissen, wohin mit dem Geld. Und denken, sie können etwas verpassen. Das ist zumindest meine Meinung hierzu. Die Aktienkurse können noch viele neue Allzeithochs machen. Warum? Weil die Geldmenge gigantisch ist. Ich komme auch hier später gleich nochmal da drauf. Nämlich mit dieser Grafik. Das ist die Bilanzsumme der FED. Und kann sich jeder anschauen. Ich habe übrigens wieder alle Links unten eingetragen. Also jeder kann es nachvollziehen, nachgucken. Und hier sieht man, was überhaupt passiert ist. Also die haben im Prinzip in Amerika ihre Bilanzsumme praktisch fast verdoppelt. Und das innerhalb von gerade mal einer Woche. So kann man es ungefähr sagen. Und das ist Wahnsinn. Das ganze Geld, was schon mal existent war in den letzten 20 Jahren, hat man einfach mal nochmal verdoppelt in einer Woche. Zumindest was die Bilanzsumme betrifft. Wenn man es genauer machen möchte, müssen wir mal die Geldaggregate anschauen. Das heißt M1, M2, M3. Aber M3 ist ja auch so eine Geschichte, die veröffentlicht Amerika schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Warum? Weil dann würde man ja feststellen, welche Inflation wirklich existiert. Und vor allem, wie die Geldmenge extrem ausgeweitet wird. Und damit, ja, Geldentwertung aller Sparer erzeugt wird. Und diese Grafik zeigt aber trotzdem in beeindruckender Weise, was in Amerika gerade abgeht, was die Aktienmärkte stützt, was die Wirtschaft stützt und wie es wirklich um dieses Land aussieht. Und vor allem, wie es auch weltweit aussieht. Denn Amerika ist ja nur ein Symptom oder ein Puzzlestück der weltweiten Problematik gerade. Die Bilanzsum aller Zentralbanken weltweit sieht aktuell ähnlich aus. Und das ist einfach nur noch krank, absurd. Und es ist einfach, ja, ich tippe mal das Endspiel, wenn man es denn so nennen will. Es zeigt auch die Unemployment Rate, also ich glaube, das sind die Initial Claims sogar, oder sogar wirklich die Arbeitslosenrate in Amerika. Die bekommt man auch ganz einfach beim Stock Charts. Und ich habe vor einigen Monaten mal ein Video hierzu veröffentlicht. Ich habe gesagt, sobald diese, ja, diese Arbeitslosenraten anziehen, würde ich den Aktienmarkt verlassen. Weil das ist in der Vergangenheit immer ein sicheres Zeichen gewesen, dass die Aktienmärkte in der Rezession übergehen. Und was wir hier sehen und feststellen können, ist ein Anstieg, den es so in der Geschichte noch nie gegeben hat. Ich habe mal das Peak oder den Peak einfach mit einem orangenen Pfeil markiert, weil man das kaum sieht, weil das ist einfach eine senkrechte an der Seitenlinie. Und das ist absolut der Wahnsinn, wenn man sich die letzten Jahrzehnte ansieht. Also die Grafik geht ja wirklich weit zurück bis 1940. Und es hat es noch nie in der Geschichte gegeben. Und das ist einfach erschreckend. Und es ist überhaupt nicht zu erklären, warum Aktienmärkte in so einem Umfeld in Allzeithochs machen. Das komplette Gegenteil müsste passieren. Eigentlich müssten die Aktienmärkte komplett auf dem Boden liegen. Das wäre aktuell viel rationaler und logischer zu erklären. Aber das ist nicht die einzige Grafik, die uns zeigt, wie es wirklich und real um die Wirtschaft steht in Amerika durch die Arbeitslosigkeit, sondern die Housingstarts sind auch ganz interessant. Also auf gut Deutsch gesagt, die Bauanträge oder die Neubauten von Häusern, die sind wieder auf dem aktuellen, nicht auf dem Allzeittief, das hatten wir ja damals in der Immobilienblase 2008, 2009. Sondern wir sind gerade wieder bei den Tiefs angekommen, die man in den Jahrzehnten vorher immer feststellen konnte. Wann sind wohl vermutlich die Neubauten auf dem absoluten Tief? Natürlich dann, wenn die Leute keine Kohle mehr haben, wenn die Bauaufträge einfach dann zurückgehen, weil es auch keine Kredite mehr gibt unter Umständen. Dann kommt man auf so einen Tief an. Und das haben wir aktuell erreicht. Ob das wirklich schon das Enkel-Digitief ist, bezweifle ich sogar sehr stark. Wir werden noch viel weiter runterfallen vermutlich. Außer, und jetzt kommen wir wieder zum Außer, die Geldschwemme wird alles überdecken, was wir gerade feststellen können. Aber dieses Geldschwemmspiel wird nicht ewig funktionieren. Früher oder später wird das ganze System kollabieren. Nicht trotz der vielen Geldmengen, sondern wegen der vielen Geldmengen. Oder Geldmengenausweitung. Was vielleicht auch ganz interessant ist, es gibt so Zyklen an der Börse. Das sollte eigentlich jeder kennen, der an der Börse investiert und anlegt. Denn man kann ganz gut im Voraus partizipieren, welche Klassen oder welche Sektoren man spielen muss, in welcher Zyklusphase. Also Märkte haben eben immer so eine Rezessionphase, dann kommt wieder so ein Anstieg, dann weitere Zunahme des Wirtschaftswachstums. Irgendwann erreicht man einen Peak und dann geht es wieder über in einen Abschwung beziehungsweise Rezession. Und das ist ja immer derselbe Zyklus. Und für die einzelnen Zyklusstationen kann man eben unterschiedliche Sektoren herauspicken, die besonders gut performen, beziehungsweise underperformen. Dementsprechend kann man sie eben long spielen oder short spielen. Und aktuell spielt der Markt so, als wären wir wirklich gerade an einem Zyklus tief, also am Market Bottom. Warum? Da aktuell Technologiewerte extrem gespielt werden. Und das werden wir auch gleich sehen. Also ich kann nur nochmal sagen, Screenshot von der Grafik machen, gut aufheben, immer wieder rausnehmen, wann an der Börse investieren will und abgleichen, wo man sich gerade, an welcher Stelle des Zyklus befindet. Und das Kranke ist halt, im Prinzip hätten wir innerhalb von zwei Monaten komplette Rezession durchgemacht und befinden uns bereits jetzt schon wieder in einer Aufschwungphase. Und das ist einfach unmöglich. Das macht nur die große Geldschwemme möglich. Und der Markt spielt einfach gerade das Szenario wirklich, als hätten wir gerade eine Rezession hinter uns, die überwunden, und wir gehen jetzt wieder in eine neue Boom-Phase über. Und das innerhalb von zwei Monaten. Nochmals, so etwas ist unmöglich, kann nicht sein und funktioniert aktuell nur wegen der großen Geldschwemme. Aber das Erwachen wird am Ende sehr bitter werden. Betrachten wir uns jetzt trotzdem die Sektoren, die aktuell gespielt werden. Also nochmals, wenn wir uns wirklich in einem Anfangsstadium eines neuen Booms befinden, müssen wir eigentlich jetzt Technologie spielen. Discretionary und Services vielleicht und Industrials wäre dann so das Nächste, was dann irgendwann mal kommen müsste. Gucken wir uns doch einfach mal an, wo wirklich zurzeit das Geld drinsteckt. Und, was können wir feststellen? Technologie ist extrem krass, gerade wo Kohle reinfließt mit 14% plus. Alle anderen Sektoren sind eher aktuell im negativen Bereich beziehungsweise Underperformer. Nur noch die Services, die ja auch bei uns im Zyklus am Anfang stehen sind vorne. Die Discretionaries haben wir noch dabei und Healthcare natürlich. Kommt natürlich durch Corona-Problematik. Alle anderen Sektoren sind im Moment Underperformer beziehungsweise im negativen Bereich. Theoretisch, wenn wir den Zyklus jetzt weiterspinnen würden, müssten wir jetzt in Industrie investieren. Das heißt, der nächste Sektor, der jetzt folgen müsste in diesem Zyklus, eigentlich dauert dieser nochmal Monate und Jahre, aber aktuell findet hier alles irgendwie einen Zeitablauf statt, wie wenn jemand auf die Vorspultaste gedrückt hat. Und wenn das in dem Tempo so weitergeht, müssen wir jetzt, wie gesagt, Industriegüter spielen. Wäre ein Versuch wert, wenn das nicht so weitergeht. Oder, was natürlich auch passieren kann, dass jetzt eine zweite Abverkaufswelle kommt. Aber hierzu komme ich gleich später noch. Gucken wir uns zunächst mal einfach den DAX an. Was kann man feststellen? Also wir haben jetzt im DAX einen sehr großen Anstieg, nochmal einen richtig steilen Anstieg erlebt. Das zeigt auch der Channel, der hier am DAX entlangläuft, am Kursverlauf des DAXes. Und aktuell stößt der DAX an der großen orangen Widerstandslinie an. Ja, hier ist jetzt ein markanter Punkt, der durch viele Widerstandspunkte markiert wird. Und es ist halt relativ wahrscheinlich, dass hier eine Korrektur einsetzen wird. Die haben ja auch bereits erlebt, seit zwei Tagen befindet sich ja der Aktienmarkt so ein bisschen im Korrekturmodus, beziehungsweise der DAX. Und das ist nicht ungewöhnlich. Und sollte auch so sein, da hier eben große Widerstände sind und diese vermutlich nicht so einfach überwunden werden. Es stellt sich aber jetzt die Frage, setzen wir trotzdem im zweiten Versuch drüber oder wird von dieser Stelle aus der wirkliche Abverkauf eingeleitet? Das heißt, die realen Faktoren, die ich am Anfang gezeigt habe, die Arbeitslosenzahlen oder die Häuser, ja, Bauanträge, die eigentlich auf Rezession hindeuten und auf einen großen wirtschaftlichen Abschwung, setzen sich hier also die fundamentalen Faktoren durch. Das heißt, eine zweite Ausverkaufswelle am Aktienmarkt setzt ein oder wir erreichen bald in allen Indizes weltweit neue Hochs. Und diese Frage versuchen wir nun ein bisschen näher zu durchleuchten und zu begreifen und zu erklären und vielleicht gelingt uns dies. Ich habe ja wie gesagt viele Grafiken zusammengesucht. Ich werde auch am Ende meine persönliche Meinung kunden tun, aber will natürlich, dass jeder seine eigene Meinung sich bildet anhand der Daten oder an weiterer Daten, die er selbst zur Verfügung hat. Schauen wir uns zunächst mal nochmal das Seasonale Muster des DAX an. Ich habe hier mit Absicht einen DAX gewählt und nicht einen S&P, weil beim S&P ist es nicht so eindeutig wie beim DAX. Aber der DAX zeigt ganz klar im Juni tendenziell statistische Schwäche und zwar eine extreme statistische Schwäche, die wir nur nochmal getoppt haben vom August. Und deswegen bin ich jetzt im kurzfristigen Bereich eher bärisch für den Aktienmarkt eingestellt, gerade eben für den DAX. Ich gehe davon aus, dass die Korrektur noch über Juni andauern wird. Im Juli kann es vielleicht schon wieder eine Erholung geben, aber zumindest kurzfristig auf jeden Fall Korrekturmodus angesagt. Mittelfristig kann ich mir aber durchaus vorstellen, und das soll die Sentiment-Grafik jetzt hier darstellen, was ist das für ein Sentiment? Das ist der I'm, das ist so ein amerikanisches Survey, und die stellen das Sentiment des amerikanischen Aktienmarktes dar. Das ist eine relativ breite Umfrage. Und grundsätzlich ist es so, wenn die Marktteilnehmer sehr bullish sind, dann erreichen sie die obere schwarze Linie, die ich eingezeichnet habe. Dann kommt das in der Regel am Aktienmarkt zu einer Korrektur. Wird die untere schwarze Linie erreicht, die ungefähr bei minus 0,3 rangiert, dann hat der Aktienmarkt eher einen Tief erreicht und der Aktienmarkt beginnt im Anschluss zum Steigen. Was können wir aktuell feststellen? Wir sind sehr weit von der oberen schwarzen Linie entfernt und befinden uns eher im unteren Bereich. Was für mich hindeutet, dass noch keine Euphorie in dem Markt gerade zu finden ist, zumindest mittelfristig noch keine Euphorie zu finden ist, und daher durchaus noch Potenzial für neue Hochs in einigen weiteren Märkten noch stattfinden kann. Wenn wir uns jetzt das deutsche Sentiment betrachten, das bekommt man an der Euphorie zum Beispiel, das kann man ganz einfach bei Börse Stuttgart abrufen, da kann man auch erkennen, wir sind hier eindeutig weit im negativen Bereich. Also wir haben praktisch das Tief von September, zwischen September, Oktober letzten Jahres im Sentimentbereich wieder erreicht. Das heißt, die Marktteilnehmer sind auch in Deutschland eher sehr verhalten gestimmt, eher negativ gestimmt, was ebenfalls darauf hindeutet, dass der Aktienmarkt deutlich noch weiter steigen kann. Warum? Weil die Marktteilnehmer noch gar nicht investiert sind, sondern aktuell eher abzuwarten scheinen. Das Ganze zeigt auch, ja, das ist ein Bullish Percent Index aus Amerika, der wird auf die New York Stock Exchange berechnet, und hier ist es ebenfalls so wie in Deutschland, niedrige Werte signalisieren in der Regel markttief herum, weil die Marktteilnehmer sehr bärisch sind, und hohe Werte deuten eher auf den Markt hoch hin, weil die Marktteilnehmer einfach alle schon investiert sind und dermaßen Bullish sind, und deswegen kommt es in der Regel dann zur Korrektur. Außerdem kann man hier immer wieder nach Divergenzen suchen, die ich hier mal mit grün eingezeichnet habe, das heißt, man hat hier einen gewissen Vorlauf vom wirklichen Aktienmarkt, und aktuell kann man erkennen, dass hier ein extrem hoher Wert erreicht wird, mit über 82%, was sehr, sehr hoch zu werten ist. Das bedeutet für mich kurzfristig, und dieser Index ist eben nicht mittelfristig zum Betrachten, sondern dieser ist eher kurzfristig zu betrachten, könnte es hier nun zu einer Korrektur kommen, die eben vielleicht ein, zwei, drei, vier Wochen andauert, ehe es dann wieder vielleicht zu neuen Hochs kommt. Wenn man Google Trends, ich weiß nicht, wer das alles schon genutzt hat, das ist immer ein ganz guter Hinweis oder eine Hilfe, um nachzusehen zu können, wie extrem ein Begriff im Internet genutzt wird, und so eine Begrifflichkeit deutet natürlich auf eine soziale Infektion, das heißt, wie extrem ist gerade irgendetwas gehypt im Markt, und ich habe hier einfach mal nach Stocks gegoogelt, Stock Market wäre vielleicht noch besser gewesen, aber hier rein nur nach Stocks, also nur ein Begriff, und hier erkennt man gerade, dass ein neues Hoch erreicht wird, die Grafik ist sehr lange, die geht glaube ich bis 2004 zurück, das heißt, die hat schon eine gewisse Aussagekraft, und derzeit wird wahnsinnig viel nach Aktien gegoogelt. Das ist auch wieder kurzfristig eigentlich kein gutes Zeichen, denn immer wenn so ein Extrem erreicht wird, kommt das in der Regel im Anschluss dann zu einer Korrektur. Auch interessant als Sentiment zu betrachten ist das Put-Call-Ratio, das ist für mich jetzt eher weniger wichtig, wenn hier auf jeden Fall ein niedriger Wert erreicht wird, erreicht der Markt in der Regel ein Hoch, wird ein hoher Wert erreicht, erreicht der Markt in der Regel ein Tief, aber wie man hier schön erkennen kann, ist es häufig zeitversetzt, und erst wenn der Indikator wieder in die Gegenrichtung tendiert, beginnt erst die Bewegung am Aktienmarkt. Und deswegen erreichen wir gerade hier sehr niedrige Werte, aber noch keine Allzeit-Lows, das heißt auch hier wäre noch etwas Platz nach oben, und es kann theoretisch auch noch eine Zeit lang dann seitwärts gehen in diesen Indikator. Ich würde ihn nicht überbewerten, ich habe ihn hier einfach mal aufgeführt, da er immer wieder gerne herangezogen wird. Aber nicht nur das Put-Call-Ratio kann uns helfen, sondern ich habe hier einen eigens entwickelten Indikator, das ist ein Spread-Indikator von mir, der liefert mir exzellente Hinweise, ob ein Markt überkauft ist, überverkauft ist, aber sich gerade im Bullenmarkt befindet oder nicht. Und wichtig ist für mich eben in dem Fall die blauen Linien, die ich eingezeichnet habe, die sind jetzt aber für unsere Betrachtung im Moment irrelevant, die zeigen mir einfach, wenn der Markt diese blauen Linien erreicht hat, er in der Regel einen Markt tief erreicht. Hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert, aber viel wichtiger ist für mich die Nuller-Linie. Denn solange die rote Linie unter der Null rangiert, befindet sich der Markt in einem stabilen Aufwärtstrend. Solange sollte man den Markt auch nur Long spielen und nicht Shorten oder zumindest Shorts vermeiden. Hingegen springt die rote Linie über die Nuller-Linie drüber, dann ist der Markt tendenziell einfach short zu handeln. Und das kann man hier wunderbar in der Vergangenheit erkennen. Und aktuell ist die rote Linie eindeutig unter der Nuller-Linie. Das Gegenteil, wir sind gerade nochmal an der Nuller-Linie abgeprallt und tendieren gerade wieder nach unten. Was für mich bedeutet, dass dieser Aktienmarkt noch deutlich Potenzial und Luft nach oben hat. Und nochmals, kurzfristig Sentiment beachten, überkaufter Bereich, kurzfristig Korrektur, unter Umständen den kompletten Juni über. Und im Anschluss sieht es so aus, als könnten wir neue Hochs erreichen. Hierauf deutet eben auch die 200-Tageslinie. Das ist nochmal eine Betrachtung des New York Stock Exchange. Und man schaut einfach, wie viele der Aktien rangieren aktuell an der New York Stock Exchange über ihrer 200-Tageslinie. Und wie man hier wunderbar erkennen kann, hier kann man immer wieder nach Divergenzen suchen. Hier habe ich wieder mit grünen Linien markiert. Das ist ein super Vorlaufindikator. Und er zeigt uns vor allem auch, wie stark ist denn der Markt. Und die orange Linie, die explodiert förmlich senkrecht nach oben. Das bedeutet, viele Aktien kommen gerade wieder über ihre 200-Tageslinie, was ein gutes Zeichen ist. Und vor allem, weil wir hier noch keine Divergenzen finden. Das heißt, wir haben hier noch keinen Fallenkator. Und das deutet ebenfalls auf durchaus mögliche neue Hochsinnen. Aber nicht nur das haben wir als Indikator zur Hilfe, sondern ich liebe auch den WIX zu betrachten. Hierauf habe ich ja schon verschiedenste Modelle berechnet. Habe auch erklärt, mittlerweile über Jahre, sobald der WIX steigt, wird der Aktienmarkt ein Problem bekommen und eine Korrektur wird einsetzen. Und wir haben hier über Jahre eine Divergenz aufgebaut, die sich eben in dieser Korrektur nun entladen hat. Aktuell ist es so, dass man das vielleicht zum Verständnis noch, hohe WIX-Werte deuten auf Markttief hin und niedrige Werte sind mit Vorsicht zu genießen. Denn sobald diese nach oben steigen, kommt es in der Regel am Markt zu einer Korrektur. Das kann man in der Vergangenheit wunderbar beobachten. Und aktuell fällt diese Linie, was eben andeutet, dass der Markt eben weiter steigen kann. Aber was kann man gerade ganz extrem bemerken? Wir treffen gerade auf dieser grünen Linie auf. Das ist ein ganz markanter Unterstützung oder Widerstand, je nachdem, wie man es sehen will. In dem Fall eine Unterstützung. Und hier setzt der WIX gerade auf. Wird diese Linie nicht unterschritten, ich gehe mal davon aus, dass sie eben mit der Zeit noch unterschritten wird, aber aktuell ist es eben durchaus möglich, dass von hier aus ein Abprall nach oben stattfindet, der Markt eben kurzfristig nochmal korrigiert und erst im Anschluss dann wieder Werte unter der grünen Linie zu finden sind, was dann im Anschluss neue Allzeithochs bedeutet. Aber nur Spekulation, meine Meinung. Ich möchte nur darauf hinweisen, weil diese Indikator wirklich sehr wertvoll ist, sehr wichtig ist. Man sollte diese grüne Linie beobachten und auch diese deutet eben auf kurzfristig Korrektur hin. Eine weitere Linie von mir ist die sogenannte AD-Linie. Und ich liebe diese Linie auch, denn sie gibt uns oft häufig gute Differenzsignale. Ich habe jetzt hier in der Vergangenheit keine eingezeichnet, kann man selber mal gucken. Grundsätzlich ist es so, die Linie markiert aktuell gerade sogar ein Allzeithoch. Daher gehe ich davon ganz stark aus, dass der Aktienmarkt folgen wird und ebenfalls ein Allzeithoch ausbilden wird. Denn in der Regel folgt der Aktienmarkt dieser Linie oder umgekehrt, je nachdem wie man es sehen will. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass der Aktienmarkt darum dieses neue Allzeithoch bestätigen wird. Hier einen anderen Indikator. Hier habe ich damals das Aktienmarkt-Tief damit prognostiziert mit Anführungszeichen in einem alten Video. Das ist auch ein ganz toller Indikator. Und der zeigt extrem schnelle Abverkäufe an. Das heißt, der hat einen guten Vorlauf von Aktienmarkt. Aber genauso explodiert er sehr schnell nach oben. Das kann man wunderbar hier sehen, dass der schon extrem angestiegen ist, bevor der Aktienmarkt überhaupt angestiegen ist. Es hat sogar noch ein, zwei Tage neues Aktienmarkt-Tief gemacht, der S&P. Und die orange Linie ist dabei schon extrem nach oben, explodiert förmlich. Und im Anschluss ist dann der Aktienmarkt gefolgt. Also man konnte hier sehr gut das Tief prognostizieren, genauso eben mit den Aktienhoch. Und aktuell rangiert die Linie sehr weit oben, kommt gerade wieder in die Richtung Allzeithoch sogar, was ebenfalls andeutet, dass wir vermutlich neue Allzeithochs in den Aktienmärkten weltweit sehen werden. Außer es findet natürlich hier wieder ein großer Abverkauf statt. Ich habe dann auch einen sogenannten, ich nenne es jetzt einfach mal Risk-on-Risk-off-Indikator. Der hat einen wahnsinnig guten Vorlaufcharakter. Er zeigt einfach, wie risikobereit sind Marktteilnehmer. Und dieser zeigt eigentlich, hat in der Vergangenheit sehr gut Markthochs angezeigt, Markthiefs angezeigt. Und dieser zeigt aktuell eben auch immer weiter steigende Hochs mit dem Aktienmarkt. Das heißt, von dieser Seite her droht einfach keine Gefahr und deutet ebenfalls neue Allzeithochs an. Und zu guter Letzt habe ich noch einen sogenannten Gegenläufer, nenne ich den jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Man kann hier gut erkennen, wenn der Indikator zum Steigen beginnt, beginnt der Aktienmarkt zum Fallen. Fällt dieser Indikator, beginnt der Aktienmarkt zu steigen. Was kann man aktuell feststellen? Dieser Indikator hat übrigens langfristigen Vorlaufcharakter oder längerfristigen Vorlaufcharakter. Das bedeutet, die Linie beginnt aktuell zu fallen, was eigentlich ein sehr gutes Zeichen ist, auf die nächste paar Wochen, vielleicht sogar Monate, dass wir hier im Aktienmarkt noch neue Hochs sehen werden. Zusammengefasst kann ich jetzt meine Meinung erkundtun. Meine Meinung sieht so aus, wir werden jetzt aktuell kurzfristig eine Korrektur an diesem Markt erleben, unter Umständen den ganzen Juni über. Und im Anschluss wird es zu neuen Allzeithochs kommen. Eigentlich total absurd, wenn man sich die fundamentalen Daten ansieht, wenn man sich das BIP ansieht, das Wirtschaftswachstum einfach, oder eben die Arbeitslosenquoten, die Verbraucherindizes oder das Verbrauchervertrauen einfach oder andere Vorläufe. Eigentlich total absurd, aber diese große Geldschwemme lässt eigentlich nichts anderes zu, als weiter steigende Aktienmärkte. Es wird spannend hier in den nächsten Wochen und Monaten werden und es gilt sich da vorzubereiten. Und man sollte hier einfach die ganzen Sektoren im Auge behalten. Hier möchte ich nochmal auf den Zyklus hinweisen. Man kann ganz gut an diesem Zyklus erkennen, in welcher Marktphase sich der Markt gerade befindet. Und man sieht halt dann, was der Markt gerade spielt. Spielt er gerade eher den bullischen Verlauf, das heißt Anstiegsphasen, oder tendiert er eher wieder in die bärische Richtung. Und das erkennt man einfach daran, welche Sektoren gerade gespielt werden. Also wenn man dann wieder Geld eher in die Standardwerte wie Procter & Gamble, Walmart reinfließt oder wieder in den Healthcare-Sektor, dann kann man davon ausgehen, das bärische Instrument wird wieder gespielt. Aber aktuell, wie gesagt, durch die Technologiewerte und wenn jetzt noch die Industriewerte anspringen würden, wird eindeutig hier, zumindest am Markt, nicht realwirtschaftlich nochmal, realwirtschaftlich sieht es zapfenduster aus, aber der Markt spielt im Moment eine absolute, komplette Recovery Challenge oder Recovery einfach, oder einfach Erholung des Marktes. und es spielt einfach keine Rolle, was fundamental berechtigt wäre und wie wir das persönlich als Investoren sehen, sondern es interessiert nur, was der Markt denkt. Und der Markt denkt aktuell Bullish, Bullish, Bullish. Heute wird übrigens nochmal interessant, ich glaube Fat Meeting ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber ganz ehrlich, was wollen sie machen? Im Prinzip können sie nur noch einmal die Zinsen senken, ich kann es mir fast vorstellen, dass das passiert und man wird wieder mit tollen Worten um sich schmeißen und vielleicht neue Konjunkturpakete ankündigen, aber das war es im Prinzip und mehr Pulver ist gerade nicht mehr in der Kugel drin und es wird spannend. Das ist auf jeden Fall meine Meinung nochmal zusammengefasst, ich gehe kurzfristig von der Korrektur aus und mittelfristig sieht es einfach, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, sollten nicht extrem viele schlechtere Daten und Nachrichten kommen, einfach nach einer Erholung aus. So unglaublich wie es klingt, so absurd wie es auch scheint, der Markt scheint neue Hooks anzulaufen und das vermutlich in den kommenden Monaten, ehe es dann früher oder später zum Bösen Erwachen kommt und wir eine zweite Down-Welle sehen werden, die extrem ausfallen wird. Aber das viele billige Geld wird das Ganze einfach nach oben drücken, so sieht es zumindest aktuell aus und das gilt es aktuell zu spielen, denn wir wollen ja Kohle verdienen und uns nicht überrollen lassen. In diesem Sinne wünsche ich noch eine tolle Woche und eine schöne Zeit bis zum nächsten Video. S CARTER 1. 2. Vielen Dank.